Und dann sind wir wieder zurück. Hey! Das hatten wir auch noch nicht. Es wird immer schlimmer, was jetzt gerade hier abgeht. Das ist doch nicht normal. Jeder hat noch ein Leben, theoretisch, ne? Mhm. Nein, nicht ganz. Außerdem noch mal ein paar Bananas. Kriegen wir. Geil! Ich verwandle mich von der Spinne zur Spinne. Hier, guck mal. Jeder Schuss ist ein Treffer. Keine Speedruns mehr für mich. Keine Speedruns mehr für mich. Du bist ein Held, weißt du das? Vor allem, weil ich eben noch gesagt habe, jeder Schuss ist ein Treffer. Richtig. Da, siehst du, so geht das. Das eben war nur ein Test. Und was war das denn jetzt da? Das geht schneller. Das war jetzt wirklich jeder Schuss ein Treffer. Ja. Das war kein Schuss zu viel. Ah, geht doch. Könnte das Spinne doch auch mal bei Deadly Creatures. Ich kann nur Sound in der Luft machen. Ich kann nur Sound in der Luft machen. Mhm. Warum auch nicht? Wie Taranteln das halt so machen. Genau, wie Taranteln Wirbelattacken von Link können. Mit Soundeffekten von Link. Zack! Das war geil. Der kam mich gut an, der Soundeffekt. Ja. Das glaube ich, der, das und die Stelle, wo ich mich in die Kamera gedreht habe und gesprungen bin. Das glaube ich das meist zitierte aus dem Video. Ja, das war auch schön. Ich habe niemanden gefrescht. Direkt danach kommt Ladevorgang. Grashüpfer. Ladevorgang. Grashüpfer. Ladehüpfer. Grasvorhang. Ja. So. Jetzt aber mit Ruhe und Gelassenheit. Obvious Smile. Obvious Smile. Epic. Stopp jetzt. Links. What the fuck are you doing there? Ich weiß es nicht. Mario, Luigi und Trapadoni. Ich werde sterben. Ich habe es schon gesehen. Als ich das letzte Ei verschossen habe, habe ich gedacht, scheiße ich sterbe. Das ist voll schlimm. Stell dir vor, du siehst deinen eigenen Tod vor Augen. Ja, also da habe ich ihn eben gesehen. Nachdem ich das letzte Ei geschossen habe, habe ich mir gedacht, okay, das wird nichts mehr. Der Wind schießt mich jetzt gleich wieder in die Libelle rein. Und dann bin ich gestorben. Der war schön, der Schuss. Hast du den gesehen? Jo, habe ich. Hast du den gesehen? Nein. Ich würde sagen, gleich bevor wir unser Game Over haben, gehen wir nochmal zurück und speichern, damit wir wenigstens das Bonus Level haben. Was sagst du zu meinen geilen Aktionen? Hammer mäßig, oder? Voll drauf verzichtbar. Ja, sowas wollen. Ich glaube, gerade eben sollte heißen, mach sowas nicht noch, weil du ekelhafter. Warum kannst du Gedanken lesen? Du Dunkelblinder. Weil ich nicht... Weil ich ein Dunkelblinder bin. Echt? Du darfst dich jetzt bitte mal diesen Part hier schaffen, ohne... Ja, genau. Glaubst du an mich? Solange du nicht in die Stachel springst, ja. Wieso? Weil das gerade fast 70 mal passiert wäre? Mhm. Ähm. Ich habe gerade für einen Moment, glaube ich, die Sterbeanimation gesehen. Also halt die Trefferanimation. Echt? Die hast du dann irgendwie unterbrochen, indem du wieder nach links gegangen bist. Sag ich ja. Das Spiel ist sehr lustig teilweise, was sowas angeht. Was ist eigentlich, wenn ich hier rechts weiter fliege? Nur mal so rein interesslich. Nicht, dass ich das tun würde. Weiß ich nicht. Guck mal. Ich glaube, da ist nichts in der Falle. Es ist ein Trapp! Es ist ein Trapp! Oh nein! Ness, ne? Ich weiß nicht, woher kommt das Original. Guck mal, so macht man das. Und jetzt aufhören. Einfach loslassen. Ja, das ist ein Trapp. Ich kenne das auf Ness. Auf so einem Melee-Video. Ja, aber ich meine, das war aus irgendeiner Serie. Das Originale. Oh mein Gott! Schnell hin! Hier hol dir die Käfers! Moment. So. Was denn? Moment. Gut, gut. Jetzt langsam runter. Jetzt kommt die böse Biene nach links. Wie lang geht der Part noch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da hinten ist noch eine Wand. Also pass auf mit dem Durchfliegen. Ja, das ist echt... Achtung vor Wänden. Wow! Was hab ich eigentlich... Da, da, da! Links! Ich glaube, da ist es zu Ende. Nein! Mit dem Leben. Da hinten! Ja! Nein! Catch the banana! Den werden wir erst mal kurz speichern. Wahrscheinlich ist die Hälfte jetzt aber auch wieder weg, um es zu wissen, ne? Nee. Nicht? Die ist, glaube ich, erst weg, wenn wir ein neues Level betreten. 94. Nein! 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 Da wollen wir wieder in Clubberskiosk. Nein! Ich will aber mal ein Lob jetzt haben, das war echt gut von mir. Ja, das war auf jeden Fall sehr gut. Bam. Jetzt haben wir die Bananen ein hinter dem Vieh. Und das Ding gleich noch mit. Vielleicht schaffen wir es noch ein Leben zu bekommen. 20 Bananas, die werden ja wohl irgendwo hier liegen. Wieso können wir keine Bananen, wenn wir einen Monster töten? Wir sind hier nicht bei Sonic, wo es Ringe gibt. Wobei gar nicht wahr, Ringe gibt es nur, weil Sonic getroffen wird. Deswegen sterben auch so viele Igel. Jo. Sonic fördert Gewalt gegen Igel. Das ist nicht korrekt. Deswegen laufen viele Menschen nach draußen und verprügeln Igel mit Stöcken und wundern, warum keine Ringe rauskommen. Donkey Kong und Castlevania fördern Gewalt gegen Affen. Ja, das ist doch vollkommen richtig. Das ist vollkommen berechtigt. Deine Netze sind irgendwie komisch. Bei dir geht immer das zweite weg, aber nie das erste oder das dritte. Ja, das ist, weil ich oft das Netz schon mache, bevor ich auf dem zweiten lande. Und deswegen wird das Netz, was ich da abschieße, priorisiert. Und deswegen das zweite Netz, weil ich es dann theoretisch noch nicht berührt habe, bevor ich das nächste Netz geschossen habe, wird einfach mal in die Ecke geschmissen. So, Peter, was machst du dort? Das wüsse ich nicht. Das wüsse ich nicht? Jo. Ich bin mir gefallen und werde nicht... Ich wollte gerade sagen, geh doch mal zurück. Soll ich mich mal schwarz sehen? Nein. Schaffst du es nicht, vorher noch ein Leben zu zappeln? Doch. Denn hier oben kriegen wir gleich mindestens zehn Bananas. Wo? Da. Das heißt, du hast noch eine Chance. Ja. Und dann noch den Rattle-Part. Hm? Das Problemwerk hat, wir haben voll den Denkfehler. Wir denken gerade so. Ja, nur noch dieses Quarks-Scheiße. Da sind wir ja fertig. Wir haben Arschlecken. Aber ich glaube, der Rattle-Part ist gar nicht so schwer. Das ist alles nicht so schwer. Also bisher würde ich sagen... Doch, das mit Squarks ist schwer. Ja, das ist ja. Das meine ich ja als einziges. Wollte ich hier gerade sagen. Wenn ich jetzt jetzt was mache, sagen wir... Rambi ist Popel einfach. Das sowieso. Squawks ist auch... Äh, Squidder ist auch ziemlich leicht. Oh Gott, eigentlich auch. Oh Gott ist... Ja, oh Gott, das geht. Aber auch nicht so schwer. Cool. Jetzt brauchst du das nicht mal. Mhm. Das ist eine Reserve, wenn du hier getroffen hast. Wow. Das... Jetzt hätte ich es fast ge... Nee, oder? Das ist dein Ernst, oder? Nein. Das ist nicht dein Ernst. Ich glaube es aber nicht. Das ist nicht dein Ernst. Einen Moment. Was denn? Achso, das war der Kopf. Ein verdientes Kopftisch. Warum machst du sowas? Du brauchst keine Bananen mehr sammeln. Wir kriegen das Leben nicht mehr. Doch, 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 doch. Pass auf. Guck mal in vier. Komm, mach es einfach durch und bring den Schmerz hinter uns. Okay. Wenn du das Level schaffst, bitte. Naja, weiß ich. Ist mir klar. Siehst du, wie ich hier abgehe? Mhm. Ja, hallo. Bitte auf das Netz. Nimm mal sofort. Danke. Und jetzt Achtung. Das ist ja sehr schön. Also, man kann doch perfekt so runterlaufen. Ja. Wie wir hier schlecht so ein Piepen. Ich höre auch da, oder welche komische Geräusche, wenn... Äh, bei dir. Also, wenn du spielst. War auch so, als ich mit Drago aufgenommen hab. Komische Geräusche. Oh, Mann, Freund. Jetzt zeige ich dir mal was. Squawk-Sport. Moves. I show. Guter Schuss. Manet mich nicht umsonst. Ich komme mir gerade vor wie Nanette Manoir. Das ist französisch. Das heißt, fick dich ins Knie. Äh, zu laner können hab ich auch ewig nicht gesehen. Ich höre auch nett. Aber ich glaube, das will ich auch nicht unbedingt nochmal sehen. Ich darf was sagen. Also, so gute Vieferinung war doch nicht gewesen. War mal ganz nett immer. Und hier stoppen, Jan. Siehst du? Ich hab mich auch geschafft, hier zu stoppen. Ich bin sogar mit zwei Papageien bis zu dem Decay-Fass gekommen. So. Nur um anschließend, direkt vor dem Decay-Fass zu sterben. Was du mir hoffentlich nicht nach... ...machst. Hä? Ach so, gut. Ich dachte gerade, weil unten wurde mir der Vogel noch angezeigt. Gerade Ewigkeiten. Wo hab ich denn eigentlich das letzte Mal mein Leben verloren? Äh, bei der... Drehbiene. Ein bisschen weiter. Später. Puff. Ja, im Puff. Ich muss mal ganz ehrlich, welches... Wir haben jetzt noch zwei Albtraumlevel vor uns. Mhm. Welches machen wir? Jetzt erstmal keins. Ja. Und beim nächsten Mal schauen wir mal, welches wir zuerst machen wollen. 84. Naja. Das war's jetzt erstmal, würde ich sagen, oder? Ja, bitte. Nach zwei Stunden Aufnahme. So, Leute. Ich verzweifle, ich werde jetzt ein bisschen in mein Kissen weinen. Ja, ich auch. Ich werde mich in den Schlaf weinen, um halb sieben morgens. Würden wir einen Safe-State machen, so. Ich mach mal auch einen. Komm, nächstes Mal direkt hier wieder. Oh, dann mach ich noch einen. Ich mach auch noch einen. Tö, ich auch. Ich mach zwei. Ich mach eins, zwei, drei. Ich mach einen. Tschüss. Tschö.